Hey, heute sprechen wir über das Update für die Masterclass DaVinci Resolve fürs iPad. Ich habe ja gesagt, dass ich Ende der Woche diese Masterclass rausbringen möchte. Und ich bin einfach fasziniert gewesen, wie viele Menschen sich jetzt schon als Early Adopters angemeldet haben. Und ich habe fast jedem dann geschrieben, hey, kannst du mir eine Liste machen mit den Dingen, die dir wichtig sind, was du gerne in diesem Kurs alles haben möchtest. Weil ich den jetzt quasi wirklich mit euch, mit der Community anpasse, aufbaue und mache. Ich möchte den Kurs auf jeden Fall auch jetzt Ende der Woche, also morgen, veröffentlichen, auch wenn er noch nicht fertig ist. Ich zeige dir einfach mal, was wir jetzt alles gemacht haben, weil es sind so viele neue Sachen dazu gekommen. Ich habe beim letzten Mal ja das Curriculum, also den Ablauf, schon gezeigt. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie der aktuell aussieht. Also, wir haben aktuell dieses Bild und ich habe jetzt ein paar der wichtigsten Sachen hier mit reingebracht. Wir haben auf jeden Fall die Editing Basics, damit die Leute, die frisch starten mit DaVinci Resolve fürs iPad, dass die abgedeckt sind, damit die einen Workflow lernen, damit sie die Sachen machen können, Videos editieren, on the go und so weiter. Dann haben wir Advanced Editing Techniques. Das heißt, wir gehen wirklich auch tiefer rein, was kannst du alles machen, was sind die Grenzen, wie weit können wir DaVinci Resolve fürs iPad mit dem iPad, mit dem Zeugs, was sie zur Verfügung haben, ans Limit pushen. Dann gehen wir natürlich in die Color Science. Da wirst du die Basics lernen von Color Correction, Color Grading, von allem, was mit Color zu tun hat. Wir sprechen ja schließlich über DaVinci Resolve. Aber hier jetzt nur eine kleine Anmerkung. Es gibt da draußen Color Grading Kurse und Tutorials, die 1000 Euro aufwärts sind und so weiter. Wir werden nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber jetzt für alle, die anfangen, keine Angst, ihr werdet so viel lernen, das werdet ihr wahrscheinlich alles gar nicht brauchen. Die meisten, die in den Kurs reingehen, werden nicht in die Tiefe gehen, was ich euch da zeige. Aber für die, die es ernst meinen, für die, die ihre YouTube Karriere starten wollen, für die, die wirklich mehr machen wollen, ich glaube, da wird auf jeden Fall ein gutes Stück hier dabei sein. Dann haue ich einfach Cinematography noch mit dazu, weil es bringt dir nichts, wenn du das programmen kannst und vielleicht ein bisschen was schneiden kannst. Aber vielleicht willst du ja coolere Videos machen und willst vielleicht auf YouTube auch gehen. Deswegen wird auch unter dem Modul Cinematography auch mehr und mehr Videos dazukommen. Das ist mit dabei. Dann hat sehr viele Leute haben sich gewünscht Notes Mastery, weil das ist eine der Techniken, die in DaVinci Resolve anders ist, wie bei den anderen Cut-Programmen, die da draußen so herrschen. Wir werden über Audio sprechen, also Audio, Soundeffekte und all das ganze Zeug, wie du das nutzen kannst, vor allem on the go, auf was du achten kannst, wie du deine Stimme, Chris, bekommst, Voice Over und so weiter. Dann, da muss ich Dankeschön sagen an Chris. Chris hat mich auf die Idee gebracht, weil wir, oder wer nutzt denn iPads zum Editing? Wahrscheinlich sehr viele like-minded people, deswegen verstehen wir uns auch hier so gut. Ich selber bin jetzt die letzten sieben Jahre unterwegs gewesen auf Weltreise, deswegen Travel Nomade Filmmaking. Mit was, und hier werden wir direkt mal ein bisschen über das Equipment und Gear sprechen, für was brauchst du denn wirklich? Brauchst du die großen Kameras? Mit was kannst du umgehen? Was wäre gut noch zu haben, wenn du ein iPad besitzt und darauf editieren willst? Vor allem, wenn es dein Main Desktop irgendwann werden soll, also dein Main Fokus zum Editieren werden soll. Das wird alles hier in Travel Nomade kommen. Da sind ein paar Videos jetzt am Anfang schon dabei, da wird es aber in der Zukunft mehr geben. Und vor allem auch, je nachdem wie das Respond, also wie die Rate von euch ist, dann werde ich da mehr reinpacken. Da habe ich auf jeden Fall viel zu erzählen. Und dann gebe ich als zwei Bonuse noch zwei meiner Packs dazu. Einmal natürlich das Transition Pack, dass du Transitions gleich machen kannst und so weiter. Die werden hier mit dabei sein. Und mein Orange und Teal Lutz Pack, dass du da gleich mit Color Grading, Color Correction und mit Lutz starten kannst. Das ist alles mit dabei. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie das aussah, als ich die ganzen Anfragen bekommen habe. Wir sind jetzt hier in meinem Notion. Da ist die Liste mit den ganzen Sachen, die sich die Leute gewünscht haben. Daraufhin habe ich dann angefangen, die Struktur nochmal komplett umzugestalten, reinzuschreiben, also die Sachen mit einfließen zu lassen, nochmal einen dynamischeren und einfachen Ablauf zu finden. So sieht der aktuelle Kursablauf aus. Und bevor wir jetzt hier starten, wir werden den Kurs morgen veröffentlichen. Weil ich möchte, dass die, die vor allem lernen möchten, gleich starten können. Vor allem für die Beginner, da wird schon einiges am Material da sein. Aber jetzt ist der Kurs auch so gewachsen, dass es für mich gar nicht möglich war, das alles fertig zu machen, jetzt bis Sonntag. So, jetzt könnte ich warten und das nicht machen. Aber weil wir so eine krasse Community aufgebaut haben, habe ich mich entschieden, wir veröffentlichen das Ganze. Und genau deswegen gibt es ja auch für die Early Adopters die 50% Rabatt, weil du nicht nur Lifetime Access bekommst, also du kriegst alle Zukunftsupdates, die nachher noch kommen, sondern du sparst dir 50% von dem Produkt, weil du Early Adopter bist. So, was heißt das jetzt? Wir haben vor, über die nächsten 60 Tage diese ganzen Videos zu veröffentlichen, damit dieser Kurs, so wie er jetzt hier in dem Video gezeigt wird, damit das dann erreicht wird. Aber das ist nicht das Ende, sondern wenn wir zum Beispiel gerade bei dem Nomade Filmmaking oder bei Cinematography oder wenn wir bei Advanced Techniken gemeinsam auch in der Community noch Sachen rausfinden, nochmal wieder irgendwas funktioniert oder weitere Pages offiziell freigeschaltet werden, kommen da Updates rein und du bekommst, also jeder, nicht nur die Early Adopters, jeder, der diesen Kurs kauft, kriegt Lifetime Access. Aber die Early Adopters, und das gilt nur noch bis morgen, also alle, die mir jetzt noch schreiben, kriegen noch, die tue ich auf die Liste und die bekommen dann, wenn der Launch ist, also wahrscheinlich morgen Abend rum, dann senden wir den Coupon-Code durch für die 50% Rabatt. Das heißt, wenn du den dann hast, kannst du als Early Adopter starten. Wir werden das Ganze aber limitieren auf zwei Tage. Du hast dann also zwei Tage Zeit, die überlegen, ob du die 50% haben willst. Ansonsten, der Launch startet folgendermaßen, wir werden mit einer Launch-Woche beginnen und in der Launch-Woche geben wir 25% Rabatt für die, die dann noch kommen. Und generell, es sind zwar jetzt 50% Rabatt vom jetzigen Kurspreis, aber dadurch, dass der Kurs immer umfangreicher wird und zum Beispiel dann, keine Ahnung, vor allem, wenn das Color-Grade-Zeugs noch reinkommt und in der Advanced Color-Grading, wenn das Zeugs noch drin ist, werden wir die Preise anpassen. Das kann also gut sein, dass in ein oder zwei Jahren der Kurs lange nicht mehr so viel kostet, wie er jetzt dann kosten wird, sondern weil wir mit dem Wissen, was hier drin ist, das dann auch einfach anpassen werden. Und das bedeutet, hast du eigentlich nicht nur 50% Ersparnis, sondern du hast sogar noch mehr Ersparnis. Okay, Daniel, genug gequatscht. Zeig doch mal, was da drin ist. Also, Module 1, wir haben Introduction, First Steps, wir haben Kursmaterial, wir haben G-Sheet, wir haben die ganzen Videos, die du jetzt hier siehst, dann Module 2 haben wir Interface, Database und Shortcuts. Da gehen wir vor allem auch über die Struktur rein und ich werde dir viel zeigen von den Sachen, die ich kann, wie ich mein Speed, ja, mein Editing, meine Geschwindigkeit überhaupt dahin gebracht habe. Module 3 ist Start Editing, Enhance Your Edit. Bis hierhin, perfekt, vor allem für die Beginner schon sehr, sehr viel dabei, danach wirst du schon sehr viel können. Dann kommen wir in Advanced Editing Techniques. Advanced Editing Techniques wird sich noch mehr füllen. Das wird irgendwann das Modul, was am größten ist. Und ich habe mich entschieden, dort einfach pro Technik ein Video zu machen, wenn es eine Minute ist, wenn es zwei Minuten ist, dass du nachträglich auch gucken kannst, ja, was brauche ich denn gerade. Dieses Modul ist das einzige Modul, wo du nicht chronologisch durchgehst, sondern wo du einfach sagst, hey, ich will jetzt über das lernen, ich will jetzt das lernen, ich will jetzt das lernen oder ich will das mal angucken, wie es anpasst. Und je mehr wir da herausfinden, je mehr wir Workarounds finden, umso größer wird dieses Ding in der Zukunft auch. Dann haben wir Color Science Basic 101. Da gehen wir jetzt wirklich richtig tief rein und viele haben sich das Notes Mastery gewünscht. So, da ja Fusion offiziell noch nicht gelauncht ist, habe ich mich entschieden, die Notes Mastery hier mit reinzupacken, weil in der ersten Page, die offiziell gerade veröffentlicht wurde, wo wir Notes verwenden können, das ist die Color Page. Da werde ich die Prinzipien und wie die Denkweise und wie man das funktioniert, alles mit erklären. Dann ist dann Fusion irgendwann mal online, also offiziell online, wir haben ja die ganzen Pages, offiziell mal online, dann werden wir Notes Mastery als separat, vielleicht sogar als separates Modul noch mit reinpacken und das auch noch mit anpassen, da schauen wir in der Zukunft. Dann reden wir natürlich über Color Correction, Color Grading, die ganzen Specs, die verschiedenen Tools, mit denen du Color Corrections und Color Grading machen kannst, wie du das Ganze nutzen kannst. Wir gehen auf die verschiedenen Formate ein, also Cine, S-Log, Cine 4, ProRes. Aber Achtung, wenn du irgendein bestimmtes Format hast, ich bin jetzt einfach ganz transparent und ehrlich, ich shoote mit Canon. Ich habe Canon RAW und ich habe ProRes und that's it. Das heißt, jedes andere Format ist jetzt in Collaboration mit der Community. Wenn du also langfristig da vielleicht auch noch Videos drin haben möchtest für ein bestimmtes Format, dann sende mir das Format, kontaktiere mich, sende mir das Format und dann können wir ein Video darüber machen, wie man dieses Format am besten dann Color Graded und so weiter. Dann gebe ich natürlich das Color Pack, also das LUT Pack noch mit dazu, ist alles hier mit dabei. Dann sind wir bei Audio Mastery 101. Da geht es richtig tief rein mit Soundeffekte, Mixing, wie machst du Voice Overs, wie kriegst du deine Stimme, Chris, auf was kannst du alles achten und ein Thema, was ganz oft angefragt war, ist Multicam Editing. Mehrere gleichzeitige Aufnahmen, Time-based, Waveform, was es da alles gibt, darüber werden wir sprechen, darüber geht es hier in dem Ding. Und dann als Future Proof werden wir schauen, wie wir mit VSTs arbeiten können, also Plugins für die Musik, also für die Musikindustrie und so weiter und gucken, wie wir da Workarounds oder wie wir das zum Laufen bringen können und schauen, was für Audio Hardware wir vielleicht in der Zukunft auch benutzen möchten für die, die da tiefer gehen wollen. So, dann haben wir Final Export, da hat sich erstmal noch nicht viel geändert, das ist Rendering und das ist Alpha Channel. Wenn da was dazu kommen würde, dann kommt er noch dazu, wenn du da Fragen hast, da gab es irgendwie keine, also, ja, ja, verstehe schon. Dann Bonus 1 ist das Nomade für Making. Und da werde ich jetzt am Anfang erstmal nur die Standardvideos abklatschen, damit du eine Übersicht hast, aber wenn das Interesse bei dem Thema wirklich größer wird, dann denke ich, dass das ein Thema ist, wo vor allem ich mit meiner Expertise viel rüberbringen kann durch meine 7 Jahre Weltreise, dass wir hier dann dieses Modul einfach weiter aufbauen und du da einen richtigen krassen Mehrwert bekommst, einfach nur, weil du dieses Modul mit dabei hast. Dann haben wir Cinematography, gleiches Ding hier, da ist nicht der Main-Fokus aktuell drauf, aber sobald das Standardschema, das, was du jetzt hier gesehen hast, dass dieser Kursinhalt abgearbeitet ist und dann in Zusammenarbeit mit euch, was ihr da hören und sehen wollt, werden wir Cinematography noch weitermachen. Und das ist zum Beispiel ein Modul. Je größer dieses Modul wird, umso wertvoller wird der Kurs an sich und damit werde ich dann auch von den Preisen irgendwann anpassen, weil das alleine ist ja dann schon nicht mehr Da Vinci, sondern das ist ja dann schon ein Filmmaking-Kurs. So, dann haben wir natürlich Unlock All Pages und Plugins und Add-ons und so Zeugs. Das habe ich jetzt alles erstmal noch hier unter dem letzten Punkt gelassen. Ja, weil wir wissen nicht, was Blackmagic macht. Die könnten nächste Woche alle Pages wegmachen. Jo, dann ist schade. Ich hoffe es nicht, weil ich arbeite schon mit vielen Pages. Ansonsten, wenn wir die Pages weiter zur Verfügung haben, erkläre ich jede einzelne Page, wir gehen in die Tiefe und welche Funktionen du da nutzen kannst und welche gut sind. Das habe ich hier drin. Und sobald Pages offiziell veröffentlicht werden, dann werden es entweder weitere Module geben, wo wir dann drüber sprechen. Also Fusion zum Beispiel wird ganz sicher ein eigenes Modul dann irgendwann noch haben, wo wir noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber aktuell ist die Übersicht erstmal alles da drin. So, nochmal. Der Kurs ist nicht komplett fertig, nur falls du es vor uns nicht gehört hast. Ich mache es jetzt folgendermaßen wie bei einem Programm Beta. Ihr seid quasi Beta-Studenten. Mein Ziel ist es, diesen Kurs aber komplett fertig zu machen. Und als Dankeschön, dass ihr quasi so schon reinkommt, dass ich euch jetzt schon unterstütze, dass ich nicht erst alles fertig mache. Ja, deswegen die 50%. Und wenn du auch Early Adopter werden möchtest und an dem Teil haben möchtest, dann schreib mir auf Instagram eine Nachricht, ex.lima, also ex.lima. Dann setze ich dich auf die Warteliste drauf und es wird folgendermaßen ablaufen. Wir senden einen Code für 50% Rabatt an dem Tag beim Launch an alle, die, die auf der Warteliste sind. Wir werden die 50% zwei Tage gültig lassen. Du musst dich also dann innerhalb der zwei Tage entscheiden, ob du es überhaupt haben willst oder nicht. Aber ich meine, du wirst sehen, ob du das haben willst oder nicht haben willst. Und für alle anderen, wenn wir launchen, launchen wir in der Launchwoche mit 25% Rabatt und gehen dann auf Normalpreis. Und spätestens, wenn alles eingearbeitet ist, ab dann wird der Preis nicht mehr billiger, sondern es wird immer, ich will nicht teurer sagen, nicht der Preis wird höher. Der Mehrwert der Videos in diesem Kurs, in diesem gesamten Kurs wird mehr. Und das wird halt einfach den Wert steigern. Und wenn der Wert gesteigert wird, dann ist das halt einfach so. Das ist von heute von mir. Wir sehen uns morgen. Ich hoffe, wenn du noch weitere Fragen hast, bitte schreib mir Fragen. Wenn du noch weitere Anregungen oder Ideen hast, lass mir in den Kommentaren was da. Und ja, ich bin Daniel. Wir sehen uns morgen. Mach's gut. Ciao.